ja da bin ich auch 315.000 dollar ja bei mir 315 die klamotten sehen nicht wirklich schlecht aus es gibt echt ein paar coole dinge so minor leer das sieht echt geil aus ja 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 ich glaube ich habe jetzt eine tarnhose für 1450 dollar gekauft mal cool mhm m schuhe gibt es keine kann das sein mhm mhm ich finde hier erstmal keine hüte vielleicht ahja guck mal da gibt es was neues das sieht gut aus mhm da sieht er cool aus naja hier die für die rennen dinger hier Oh, die sieht geil aus. Helme gibt's neuer? Ja, Helme gibt's neuer. Oh, die sind ja krass. Und teuer. Naja. Aber es gibt immer noch keinen goldenen Helm. Doch, jetzt hier. Die Helme fährt's natürlich. Haben wir schon gemacht. Hehehe, nur Schalen. Ach, guck mal hier. Retro-Helm. Das ist ja cool. Zu deinem gibt's auch einen Helm, ne? Ja, glaub ich. Zu deinem Anzug. Ja, aber den kriegst du ja. Hier, goldener Retro-Helm. Jetzt gibt's endlich goldene Helme, aber für 50.000. Wir kriegen den nicht. Ich hab nur norangen, hellblauen und grauen. Dein Wiss ist mein Klamotten. Ha, ha, ha. Okay, das wär's mit den Klamotten. Danke. Danke. mal noch muss man ja jetzt weniger sterben beim um der Motorrad umfallend im letzten Rennen anzugern hat auch keine neuen keine neuen Frisuren und aus die Sportose sind hässlich nö das gibt so eine Tarnhose die sich durchkommt und da was leiften die ohne Atom und die Sportdose? ich weiß es gar nicht Gagi du bist eine dämliche Nuss was denn? du bist so eine Nuss ich hab gar nichts gemacht ne ne du hast nur mein Motorrad mit einer Annähmungsmiete versehen nein ich möchte beweisen du bist so klein du bist so klein mhm mhm auch nur ein bisschen ach doch guck mal du kannst jetzt nur Stil haben mhm mhm du kannst sogar jetzt gucken ob das Visier hoch oder runter ist mhm ach das kann wir hier hoch und runter machen na du ja entschachsinn warte mal ich guck mir das mal an ja der macht sogar ne Aktion dafür mhm 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 bookmaker mhm 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 weit springst mir noch siehst opk-pand-cash kanko wrong with that Und ne? Es gibt neue Tattoos. Nein. Futsch! das kann eh du besten das sein ich hab ja klar du hast doch nicht geschossen wo ich vorbeigefahren bin was hast du mir gesagt jetzt hat er noch mein kopfgeld bekommen naja logisch das geht mir auch zu nichts steht mir zu na doch, da würde ich mich nicht mehr schießen ah, ich muss einfach flotten ich muss meine Motorradfarbe verändern so aus ja, ich hab mir jetzt alles angeschaut äh, ich weiß nicht, waffen gibt es wahrscheinlich keiner mehr in einem Stunt-Update ja, ich habe mit mir Geh weg, Mamo, bei mir. Komm mehr, bloß nicht dazu. Okay. Also ich hab mir jetzt alles angeschaut, ich weiß nicht, wollen wir uns mal so ins Landrennen genauer anschauen? Nein, das kann man auch mit normalen Autos machen, also nicht normal wie normal, aber auch Sportwagen. Bist du noch bei uns in der Sitzung drin? Hm, das ist anscheinend alles bei dem Update. Die Röntgen schau ich mir nachher nochmal an.